Da, meiner! Friss das! Voll in die Popperze reingepresst! Die Granate! Voll, volles Ding! Und am Arsch bist du mit einer Granate! Friss deine Granaten selbst! Bam! Toxic, da fliegst du wie eine Gummipuppe! Hallo Menschen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde CODs. Mal spiele ich's mit dem RPG-7 im Hardcore-Modus. Und das Ding ist so krank, das Ding ist so ver***t krank. Ich hab damit so ver***t gute Runden gehabt. Ich hab so ver***t viele Scheiß-Skills mit diesem Ding gemacht. Und ich wette mit euch, Toxic Swift im Spiel wird noch die Vibes meiner Granaten in seinem Arsch spüren. Heute noch, dafür verwette ich meinen süßen kleinen Arsch! So, und nun euch viel Spaß damit. Sorry, dass ich so aufgekratzt bin, aber die Runde war so geil, die hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch gefällt das Video genauso gut wie mir. Lasst mir gern ein Abo oder ein Like da. Bis dahin, euer Senseless. Ich bin völlig fertig und bin raus. Tschüssi! Okay. So, dann bin ich mal gespannt. Die Map kenn ich noch gar nicht. Aber ich bin so aufgekratzt. Ich hatte vorhin einen Ran, einen... Boah, das war so geil mit dem RPG. Aber ich könnte... Dieses Ding ist so geil. Das ist der Hammer. Das ist einfach nur krank. Das Teil ist krank. Warte, Moment, Moment, Moment. Was gucken hier? So. Dann raus das Teil. Aha. Ich werde die Map sowieso nie kapieren. In der Map-Ansicht. Aber los geht's. Da ist einer. Yes! Dieses Teil macht so viel Spaß, Junge. Frisst das! Toxic Swift weggematert. Yes! Also ideal, ideal, ideal für, für, ähm... Für alle, die die Skins freispielen wollen. Meine Empfehlung HC-Modus. Oh, 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 oh. Da hat einer mal einen Granaten... einen Granit-Launcher. Ach, shit. Aber weiter, weiter, weiter! Stürmen vor, Soldaten! Ui! Nein! Da hab ich getrieft, ich Idiot! Da kommt was, da kommt was. Yes! Den Hund hab ich noch mal ein Stück geschossen. Voll in den Arsch! Friss! Friss das! Jau! Blutrünstig! Hinter mir! Da! Und da! Nein! Das war der Typ mit nem Launcher. Mit nem Granit-Launcher. Granit-Launcher am Start, Leute! Yes! Königsmörder! Wo? Wo? Bam! In your ass, Alter! Nein! Toxic Swift hat mich gekillt. Da ist er wieder! Und hat mich wieder gekillt. Das dumme Schwein! Na die Diamatti! Weithändig, oder? Weithändig! Toxic am Arsch hängt der Hammer! Yes! Yes! Da, meiner! Friss das! Voll in die Popperze reingepresst! Die Granate! Voll! Volles Ding! Da oben saß einer. Wo? Toxic! Unverkennbar! Bester! Bester Mann! Toxic! Und tschüss! Er hasst mich! Er hasst mich! Ich ahne es! Ich würde mich selbst hassen! Oh, der Granit-Launcher-Typ! Und am Arsch bist du mit einer Granate! Friss deine Granaten selbst! Boah, ich... Bam! Ich bin so aufgewühlt! Wo? Wo? Da läuft doch einer! Ich höre sie! Da! Toxic! Er hasst mich! Er hasst... Scheiße, der Hund da oben ist weg. Dem schieße ich jetzt eine Granate in den Arsch. Doxig, schon wieder weg. Dieser Mann wird mich Zeit seines Lebens hassen. Da ist er wieder. Die Rache war sein. Friss. Doxig, friss. Ich höre Schritte. Der Typ da oben war weg. Doxig, zeig dich. Du warst nicht Toxig, aber du... Ah, das war der Typ mit einem Granate Launcher. Granate. Wo sind die Ratten? Kommt, Jungs. Doxig. Yes, und weg ist er. Er heult sich bei Taylor Swift aus. Doxig, Taylor Swift. Nein, der ist hinter mir her. Und killt mich. Bam! Doxig, da fliegst du wie eine Gummipuppe. Der Mann ohne Knochen. Doxig, der Mann ohne Knochen am Start. Oh. Hinter mir. Zack. Failface. Hab ich weggemerdert. Schüsse. Doxig. Nein. Oh. Fuck. Ich dachte, ich hätte ihn gehabt. Ich dachte, Doxig wäre... Hä? Alter, bin ich doof oder was? Jetzt. Paleface. Der gute, liebe Paleface. Wieder vorbei. Aber leck mich am Arsch. Doxig, lieber Nein. Doxig und ich liefern uns beide einen erbitterten Kampf. Doxig. Yeah. Er kann auch zu keiner meiner Granate Nein sagen. Nein. BAM. Wieder Doxig. Oh, ich habe einen Kumpel mit weggemacht. Sorry. Doxig schon wieder. Er hat keine Lust mehr, Leute. Er hat einfach keine Lust mehr. Er gibt auf. Doxig, mach's gut. War schön mit dir. Yes. 2,3er KD mit dem kranken Teil, Alter. Oh, hier Toxig war man wohl. Bester Moment, Junge, Alter. So geht's da hin. Aber geile Runde. Macht so viel Spaß. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt ein paar Skins freigeschaltet habe, aber ist mir scheißegal. Es hat einfach nur gerockt. Dieses Teil spiele ich sehr gern. Wohl. Flugzeuge kriege ich damit nicht vom Himmel. Also. Drohnen. Aufklärungstronen. Das ist ein echter Nachteil von dem Teil. Ja, zwei Top-Abschüsse. Na, ist doch schön. climb up. Na, is doch schön. Sch****joo. Musik 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 Musik